Das ist Matthias. Er führt einen großen Elektrobetrieb in Nordrhein-Westfalen. Hier haben wir Mike, Geschäftsführer eines SHK-Betriebs in Berlin. Und das ist André, der sich in Bayern als Elektrotechniker gerade selbstständig gemacht hat. Sie alle haben eines gemeinsam. Sie führen ihren Betrieb mit Tooltime und verbringen damit wenig Zeit im Büro und viel Zeit damit, Geld zu verdienen. Das fängt schon bei intelligenten Angeboten an. Einfach in Tooltime auf den Artikelstamm des Großhänders zugreifen, das gewünschte Material suchen und auswählen. Eigens angelegte Artikel werden automatisch gespeichert und können beim nächsten Angebot direkt wieder abgerufen werden. Das spart wertvolle Zeit im Büro. Ist das Angebot vom Kunden bestätigt, kann Tooltime daraus mit zwei Klicks direkt einen Termin erstellen und verschiedenen Mitarbeitern zuweisen. Alle Angebotspositionen werden automatisch in den Termin übernommen, sodass jeder einen Überblick über die geplanten Leistungen hat. Und dann geht es auch schon ab zum Kunden. Die Mitarbeiter, die dem Termin zugewiesen wurden, erhalten von Tooltime eine Benachrichtigung auf ihr Smartphone. In der übersichtlichen App haben sie Zugriff auf alle Kundendaten und können sich direkt zum Termin navigieren lassen. Beim Kunden angekommen kann die Baustelle mit der Tooltime-App lückenlos dokumentiert werden. Einfach Fotos machen, Leistungen und Arbeitszeiten vor Ort bei Bedarf nochmals anpassen und die digitale Signatur des Kunden einholen. Schon ist die Arbeit sauber dokumentiert. Und das Schönste. Ist der Termin abgeschlossen, erhält das Büro eine Benachrichtigung in Echtzeit und der digitale Arbeitsbericht ist direkt verfügbar. Nie wieder verlorene Zettel. Dann ist es Zeit für die Rechnung. Diese kann wiederum direkt aus dem abgeschlossenen Termin erstellt werden. Alle Leistungen, Beschreibungen und Preise werden direkt aus dem Termin übernommen. Damit ist die Rechnungsstellung nur noch eine Sache von Sekunden. Mit Tooltime greifen alle Betriebsabläufe nahtlos ineinander. Vom Angebot über die Dokumentation vor Ort bis zur Rechnung. Das reduziert die Bürozeiten auf ein absolutes Minimum. Deshalb sind Matthias, Maik und André im Handwerk auch so erfolgreich. Sie nutzen Tooltime und machen damit weniger Papierkram und mehr Umsatz.